Gucken wir einfach mal wohnstab-Würbeln nach oben. Nicht dass ich hier halt den ganzen Weg umsonst hochlatsche. Spassieren. Dü-dü-dü. Tchütchü. Ja nur ärgere. Und hier euch auch. Wenn er dann... ...stürme verpasst Ist voll extrem Genau nicht jeder Und da wären wir wieder Das lohnt sich nicht Ich gehe doch auf jeden Fall ganz weit nach oben Ja, das war sogar gar nicht mal so übel Ich hoffe, dass wir uns zurückgefangen würden Dann wollen wir auch nicht mehr Und auch hier den Wind wieder freisetzen Erschoben Blablabla Hallo Mr. Emu GEMI Ich glaube, wir kosten mal keine Emus Ja Die Kiste können wir uns dann jetzt auch holen Die Kiste können wir uns dann jetzt auch holen Als süß würde ich das jetzt nicht bezeichnen So ein Fläschchen Das ist nützlich Aber cuteness direkt Ich könnte ihn ein Katzengesicht aufmalen Dann ist es cute Katzengesicht ahoi Okay Hier konnte ich ja nicht lang Ich habe hier eigentlich schon alles geholt Hier war ja nur das Hier war ja nur das Ist das wieder zugegangen? Aber weil ich rausgegangen bin Und das damit resettet habe Im Grunde Hm Ach Chilke, musst du Sachen besetten Ja Runtergeschoben Und du was Ach wohl nein, ich darf den nicht runterschieben Halt Stopp 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 Hier sind das Ding nochmal Ich hätte nicht rausgehen dürfen Das klang merkwürdig Das klang merkwürdig, aber hey Das war eigentlich ein Fail Ich hatte mir überlegt, hey abkürz Um schneller nach unten zu kommen Obwohl das wäre eigentlich egal gewesen Das ist ja sowieso eine Stufe höher Also das Obwohl das ist ja sowieso Ich kann sie nachbauen Wooh, Tech macht einen auf gemein So trauen Ja und Ich glaub nicht immer noch, wie wir an die Tafel rankommen. Wahrscheinlich muss ich mich durch irgend so einen Wind teleportieren lassen. Aber das darf sich nicht resettet, oder wie? Für die Welt nicht. Nee, da drüben war! Und da drüben. Ja, das hier hat sich auch nicht resettet. Wie komm ich da drüben hin? Das ist eine gute Frage. Felix müsste eine Karte von diesem Ort zeichnen, damit ich mich besser zurecht finde. Aber nein, Kartenzeichen ist ja Käse. Da drin reicht auch noch nicht, richtig? Aber hier sind ja die Steine im Weg. Das heißt, ich muss von oberhalb der Treppe kommen. So an die Tafel drüber. Ach komm. Energie. Sterbt einfach alle! Süßer Schaden von Felix. Wow. Emo-Ding hat überlebt. Hat die Steine doch nicht zu fassen. Der Stein, um das Ding zu drehen. Tief in Gedanken versuchen. Das ist ein Plasmaphy. Plasmaphy! Das größte Plasmaphy überhaupt. Plastik! Er lebt schon wieder! Das ist echt hart im Nehmen, ne? Das ist echt hart im Tafel. Aber sowas von. Aber sowas von. Wo würde mich eigentlich das Seil da unten hinten? Schütze raus! Mit der du Bippe! Aber Erdbeben kann einem eigentlich auch egal sein. Ich muss da hin. Was hat mich denn noch da unten hin geführt? Bin ich einfach nach oben gegangen. Gehen wir mal hier lang? Ach, die Tour hätte ich übersehen mit dem... Na gut, Elixir ist zu verkraften. Hahaha. Elixir ist zu verkraften. Trotzdem. Über die Seile tanzen? Das führt mich ja nur... ...hier wieder hin. ...hier wieder hin. Ich muss den Titel schreiben. Ja. Ich kenne zwar das Spiel, aber hey. Du weißt nicht mehr. Na gut, halbseint. Und stoppen ging. In so einem ekelhaften Feld. Ich möchte irgendwie hin. Das Seil. Ich möchte auf das Seil da vorne. Guck mal hin. Ich müsste hier runter. Ah, komm. Warum? Wahrscheinlich ist es kurz vor... ...entscheidenden Raum. Wenn ich das mag. Ja. Da, wo beim Apfel die Kerne wären. Kerne sind auch wichtig. Hm. Was such ich da? Ja, Kerne sind wichtig. Wichtig davon, Chicken mal wieder Brain auf Car abzulenken. Wer auch sagen kann, scheiß drauf. So. Boah. Nee, ich hab doch keinen Anstand. Das fällt dir ein. Mal. Wie kannst du nur? Du bist doch hier dein Leader, dein Party. Du musst für jeden Fehler gerade stehen. Was sind meine Fehler? Genau. Blame für nix. Diejenige bin, die gesteuert. Kerbenheap. So, so, Cosma. Du möchtest mir also mit dem Kerbenheap eine reinhauen. Ich seh schon. Ich seh schon. So. Ja. Dann tu das mal, Cosma. Klein-chen. Du stehst so rum. Mal umdrehen. Mal wieder. So, als hätten wir doch schon mal gemacht. Aber ich finde gerade den richtigen Weg nicht. Nicht den richtigen, richtigen Weg, sondern, ihr wisst schon. Ich hasse den Bohrer-Bohrer-Felsen. Der eigentlich nur der Bohrer-Felsen ist, aber ich nenn ihn Bohrer-Bohrer. Das ist irgendwie cool. Keine Ahnung warum. Bohrer. Ja. Ein Handbohrer? Oder ein Bohrer für die Zähne? Oder was für ein Bohrer? Vielleicht ein elektrischer? Große Schrauben! Aber dann sind wir hier unten wieder. Ich bin... verwirrt. Das wäre ja nicht das erste Mal. Richtig? Ich bin nämlich in diesem verkackten Felsen nicht zurecht. Sehr schlimme daran. Womit sind wir noch neben der Schweine? Wir sind noch neben den Schweines.